Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Xbox 360 Borderlands 2. So, wir hatten das letzte Mal da hinten an dem Tor von Sanctuary kurz geklingelt und wurden dann weggeschickt mit der Begründung, wir müssten erst noch was machen, damit wir da eintreten dürfen. Okay, wir haben unsere Pistole und unsere Schnieke-Schrotflinte. Dann gucke ich mal kurz, haben wir irgendwas, was wir verkaufen müssen oder können vielmehr. Gut, schauen wir hier die Automaten ran. Wir wurden jetzt hier zu diesem Speicherpunkt halt zurückgesetzt, ist auch gar nicht so schlimm, weil wir hier gleich wieder ein, über das Catch-a-Ride halt ein Fahrzeug bestellen können. Ach ja, das waren diese beiden Waffen, die ich erstmal noch aufheben wollte, genau, weil die ein bisschen besser sind. Ja, wo die kann ich eigentlich verkaufen, das werde ich sowieso nicht benutzen, wenn, dann werde ich ein SMG benutzen. Hm, na doch, das werde ich erstmal behalten. Gibt es irgendwelche schönen Schilde? Gucken wir mal wieder rein, mal kurz durchstöbern. Ne, gibt es nicht. Ähm, ach Munition, es sieht fast so aus, ob ich Munition gebrauchen könnte. Oder? Ne, doch nicht. Ja klar, er braucht unser Geld, deshalb dürfen wir nicht sterben. Was für eine Begründung. Die Sache ist halt, wenn wir das Spiel neu laden, so wie es jetzt ist, dann wird dieser Skin, den wir letztes Mal festgelegt hatten, weil ich hatte ja Kaugummi gewählt, ne, weil, ist ja ein Mikromancer, unser Mikromancer ist ja weiblich, ähm, wird das immer wieder zurückgesetzt. So, und ich möchte auch gerne wieder den Raketenwerfer haben, Fahrzeugsborn, und möchte diesmal direkt mich in das Fahrzeug rein teleportieren lassen. Das sieht dann so aus, und schwupps, sitzen wir drinnen. Gut, ja, wir sollen ja jetzt hier Corporatees finden, gucke ich mal schnell auf der Karte, wo wir da genau hin müssen. Ah, das ist hier in dem Bereich, also wir haben jetzt, äh, kaum was erkundet. Ich weiß gar nicht, ah, so ist Ranzoomen, so ist Wexzoomen, okay. Ich denke mal, wir müssen hier rumfahren, ich probiere es einfach mal aus. Ah, das Schöne ist, dass ich immer so vergesslich bin, also ich habe das Spiel, ähm, schon bis zu einem gewissen Punkt selber gezockt, aber da ich so vergesslich bin, ist es dann für mich doch immer so auf eine gewisse Art und Weise immer wieder neu, und ich bin hier falsch. Ah, muss ich überfahren. Uh, haha, äh, 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 das war ziemlich holprig jetzt. Ja, das Auto ist dafür, glaube ich, noch nicht ausgelegt. Müssen wir noch ändern. Ich denke mal, wir kriegen da auch noch sicher andere Fahrzeuge später. Oh, mal hier rechts schauen. Oh, Kurve ein bisschen schnippeln, ist ja egal. Was soll's. Gut, und was sollen wir denn jetzt hier, da vorn, ach hier ist es, ah, okay. Halten wir mal aus der Ferne drauf. Ah, mal sieht's, oh, Autogeschütz, ah, okay, also es gibt wirklich eine Herausforderung für das Autogeschütz. Sehr schön. Gut, dann wollen wir die hier nochmal schnell platt machen. Äh, wie gesagt, es gibt ja weniger Erfahrungspunkte, aber ich würde das in dem Fall jetzt mal trotzdem kurz machen, weil es schneller geht. Ah, ich glaube, das hat mit den Autos vorhin, äh, zu tun, die wir letztes Mal gesehen haben, die diese eine Brücke am Anfang, als wir in Sanctuary ankamen, in dem Gebiet hier, halt, äh, vernichtet haben. So, mal das Geld aufsammeln. Hier hinten, hat der vielleicht irgendwas fallen lassen? Nee, das nicht, aber ich kann mir das kaputt machen. Mua, das klang nach dem richtigen Kraftakt gerade. Das ist hier. Ach, Missionsgegenstand, ja, das scheint gut zu sein. Ja, das sind die Brücke gesprengt, das passt. Was haben wir denn da? Hm, okay, aber was ist gerade noch? Ich glaube, ich würde mal hier gucken, das sieht noch so ein kleiner Stützpunkt aus. Was ist denn hier, Schniekers? Sind hier auch Gegner? Hallo? Ach, doch, da ist einer. Ein Psycho. Ja, genau, komm einfach direkt auf uns zu gerannt. Oh, da ist einer mit Schild. Äh, die sind besonders gefährlich. Da bin ich jetzt froh, dass ich das dort noch mit dem Auto mache, mit dem Raketenwerfer dann. Aber wie immer habe ich kein Zielwasser getrunken, weil der kann nämlich alles abblocken. Ähm, sah es eben nur so aus, oder von hier? Ach, der schießt von da oben. Ich dachte gerade, von hinter uns schießt einer. Na, treffe ich nicht mal das Fass da oben? Nee, anscheinend nicht. Ach, der ist immer ein... Oh, Mann, der hält aber viel aus. Gut, dann werden wir jetzt doch mal aussteigen und die Typen direkt vorhauen. Und hat auch ein paar schöne Sachen fallen lassen. Ein SMG. Nee, das benutze ich erstmal nicht. Ich bleibe erstmal bei der Schrotflinte. Die hat uns ja bisher treue Dienste, ähm, erwiesen. Oder geleistet. Keine Ahnung. Ach, ja, es ist wieder wie immer, ne? Wortfindungsschwierigkeiten gleich zum Beginn des Let's Plays. Ich lasse den erstmal fröhlich auf mich weiter einschießen. Und werde hier nochmal kurz plündern. Ah, ich glaube, ich sitze manchmal die Prioritäten falsch. Ich sollte mich dann erst um die Gegner kümmern. Ja, machen wir das mal. Ach, wo ist denn? Ach, der ist runtergehüpft. Na, komm her. Hier, ich habe was Besonderes für dich. Oh. Autsch. Oh, da ist unser Schild weg. Schnell mal Death Trap beschwören, dass der uns hier ein bisschen unterstützt und rettet in der Situation. Puh. Das war ganz schön brenzlig mal wieder. Ähm, also wir sehen, im neuen Gebiet sind die Gegner auf jeden Fall um einige stärker geworden. Ja gut, wäre auch sonst echt langweilig, wenn die Gegner jetzt auf derselben Stufe bleiben würden wie vorher in dem alten Gebiet. Hier kann man nicht reingehen. Hier ist eine Leiter. Oh, da geht es ganz schön mal durch. Das ist auch wieder ein Schiff, ne? Warum haben die hier überall auf den Bergen Schiffe drauf sitzen? Also hatten wir ja letztes Mal mit Captain Flint auch auf dem Schiff, auf dem er war. Das war ja auch mitten auf dem Berg drauf. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Wollen wir mal rumgucken. Ist hier irgendwas Schneekes? Hier ist bisher nichts. Okay. Mal hier lang gucken. Da steht doch was. Noch mehr? Ne, nur die beiden Kisten. Mal schauen, haben wir da vielleicht irgendwas Schönes drin. Da war jetzt nur ein bisschen Munition. Hier auch. So, das Trap ist wieder verschwunden. Na gut, okay. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier ist auch noch eine Lücke drin. Ist da dann vielleicht auch noch irgendwas, wenn wir hier runterspringen? Ich springe einfach mal todesmutig runter. Ne, da sind nur Bullimonks. Da will ich jetzt eigentlich eher nicht hin, weil ich will jetzt nicht so weit weglatschen vom Auto. Aber ich wollte ja eigentlich nur kurz hier auf Entdeckungstour gehen. Na gut, dann schauen wir mal da hinten hoch. Wo eigentlich der ursprünglich dieser eine Gegner stand. Und, achso, kann man hier raufspringen? Ist da vielleicht was? Also ich kann hier raufspringen, aber hier ist nichts. Ah, da ist noch eine Kiste. Ah. Gut, dann war es gar nicht mehr so verkehrt. Hm, auch wieder nichts Interessantes dabei. Nur Munition, die wir schon komplett voll haben. Okay, hier sind auch noch ein paar kleine Truhen oder, weiß nicht, Fässer. Ja, ich glaube, es sind eher Fässer. Irgendwas mit einem Deckel drauf halt. Wow, badass Psycho. Ähm, Death Trap. Unterstützung bitte. Ach, verdammt. Ja, jetzt trifft man ihn nicht. Äh, 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 was war das denn? Diesen, das ist er. Wow, der hat uns mit einem Schlag hier ganz schön platt gemacht. Ich hoffe es... Och, Gott sei Dank, jetzt hat Death Trap gerade oben den Badass Psycho erwischt. Genau, konzentriere dich mal auf Death Trap. Das ist jetzt zum Beispiel auch echt genial. Dadurch, dass er sich dann auf Death Trap konzentriert, haben wir die Möglichkeit, weil er sich halt zu ihm rumdreht, ihn von hinten zu erwischen. Ähm, so dass wir dann halt nicht immer die ganze Zeit auf sein Schild draufhalten dürfen. Aber der Badass Psycho hat ihn jetzt außer diesem kleinen Geldbeutelchen nichts fallen lassen. Das ist eigentlich schade. Gucken wir mal hier oben, wo der herkam, ob da noch was ist. Eine Waffenkiste. Ja, sehr schön. Okay, ein Scharschlützengewehr. Hm, jetzt nicht so wichtig für uns. Wir nehmen so mal wieder alles mit. Noch eine Maschinenpistole. Und, ach ja, hier ist eine Geldkassette. Nicht vergessen. Na, ich werde sonst langsam nachlässig, glaube ich. Hm, ich hätte jetzt echt gedacht, dass dieser Badass Psycho ein bisschen mehr für uns da hat. Aber gut, egal. Wieder rein ins Auto und dann geht's los. Dann werden wir mal gucken. Der Punkt ist jetzt da hinten. Von der Quest. Hier in die Richtung, glaube ich, ist das ungefähr. Oh, das wieder. Oh, die sind jetzt, glaube ich, böse auf mich, dass ich da ihren Kompadre platt gemacht habe. Ja. Ja, die Kleinen sind immer so schwer zu treffen. Also die Großen gehen. Oh, da ist noch einer. Haben wir jetzt alle? Ich glaube schon, ne? Hat der nur Geld dabei gehabt oder war das auch? Ne, es war nur Geld. Aber ich dachte erst, das könnte vielleicht noch ein grüner Gegenstand sein. Weil, wie gesagt, die können wir ja vom Auto aus nicht aufheben. Waffen oder irgendwelche anderen Ausrüstungsgegenstände, halt nur Geld und Munition können wir vom Auto aus aufheben. Oh, unsere Lebensenergie ist verdammt niedrig. Aber gut, wir haben zum Glück wieder Deathstrap zur Verfügung. Hier war jetzt auch nichts drin. Immer wenn man ein Medkit braucht, ist kein Star, ne? Wie immer. Mal schauen, wo es hier lang geht. Sieht ja alles ganz hübsch aus. Ah, da kommen schon die nächsten Bullimons. Die haben nur auf uns gewartet. Und meine Lebensenergie regeneriert sich noch nicht. Denn... Hä? Ach, da ist auch einer. Oh mein Gott, hier ist ja alles voll wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist... Oh, der ist echt riesig. Ich habe das Gefühl, die werden nicht nur stärker, sondern auch immer größer. Schauen wir mal hier. Ja, man sieht es also, ähm... Es bringt nicht wirklich viel, wenn wir das auf große Distanz benutzen, das Ding, was ich letztes Mal auch erzählt hatte. Okay, ah, noch hier irgendwas, was wir plündern können. Kaputtes Auto. Was war das denn eben? Ich habe mich schon gewundert, das war jetzt so eine Lebensenergie anzeige. Was steht denn da? Stechender Kaktus. Mal gucken, ob wir den... Kann man den kaputt machen? Kriegt man dann irgendwas, oder? Okay, da leuchtet ich jetzt eigentlich nur so. Ah, verdammt, verdammt. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht, das können wir einsetzen, wenn Gegner in der Nähe sind. Also, das Ding scheint dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, so zu funktionieren, dass, wenn man drauf schießt, man den aktiviert hat. Und wenn sich dann irgendjemand in der G-Nähe befindet, dann wird er mit diesem Schockschaden halt, ähm, verletzt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Müssen wir mal drauf achten im Gefecht. Ob wir da wirklich drauf achten dann, dass da sowas in der Nähe steht und wir das dann halt auch nutzen. Ich kenne mich. Ich glaube, ich werde darauf eher nicht achten, werde das dann vergessen. Und, äh, das wird mir dann erst im Nachhinein auffallen, wenn ich die Gegner schon erledigt habe. Gut, was ist das hier? Nichts Besonderes. Ähm, mhm. Ach, da ist auch noch was zum Kaputtmachen. Alles wieder mitnehmen. Also, es sind jetzt viele Waffen hier gewesen, ne? Also, klar, nichts Vernünftiges erstmal für uns dabei, aber... Wir kriegen ja wieder Geld. Yay! Oh, hier geht's ja auch richtig zur Sache, ne? Ein paar tote Banditen. Das renn mich irgendwie ein bisschen ein Claptrap. Wenn wir mal wieder dazwischen gehen. Hm. Und da haben wir sie alle auf einen Schlag. So wie das tapfere Schneiderlein, ne? Na, ich glaube, zu dem sollen wir... Oh, verdammt, verdammt. Ja, das glaube ich. Verdammt, ausgerechnet jetzt stören mich hier diese Racks. Und wir haben wieder eine Herausforderung geschafft. Was auch immer. Und noch eine. Also... Der ist ganz schön effektiv dagegen, ne? Ja. Ach, der ist gerade gestorben. Einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Okay. Ah, trotzdem, ich gucke erstmal hier hinten in die Ecke. Ich renne nicht gleich sofort weiter. Aber erstmal hier kurz weiterschauen, ob vielleicht noch was ist. Ja, sieht so aus. Ah, jetzt wird uns das erklärt. Es gibt halt, ähm... Manchmal... Äh, einfach nur Gebiete, die markiert werden. Als, äh, Ziel. Sollen wir mal gucken, hier oben ist garantiert auch noch was. Schauen, wie ich da irgendwie hochkomme. Gucken. Ah, hier haben wir zum Beispiel schon mal eine Geldkassette. Ah, hier kann man raufhüpfen. Sehr schön. Ja, und mein, äh, Instinkt hat mich noch nicht verlassen. Wir haben hier wieder eine Waffenkiste gefunden. Ah, die rutscheln das auch nicht schlecht. Also, okay, der Schaden ist deutlich geringer. Alle anderen Werte sind besser, aber... Die kommt einfach nicht an unsere ran. Was haben wir hier noch? Noch ein SMG, also so eine Maschinenpistole. Ah, den werden wir vielleicht nicht weiter... Ja, dann haben wir da jetzt alles gefunden. War dann wieder ganz praktisch, dass wir erstmal da rumgeschaut haben. Das hätten... Weil ich denke mal, wir wären nicht so schnell wieder in diese Ecke gekommen. Okay, dann... Mal rute ich jetzt in die andere Richtung geflitzt. Und, ähm... Was sollen wir denn überhaupt machen? Ich bleibe mal kurz stehen. Schau mal, also. Beschaffe den Energiekern. Gehe nach Sanctuary. Na gut, das können wir noch nicht. Und dann da unten... Sehen wir, da drunter steht... Äh, töte die Bloodshots. 0 von 20. Das heißt, wir müssen 20 Stück erledigen. Und das ist mit so einem kleinen Stern oder einem Plus. Ich kann es jetzt nicht genau erkennen. Ähm... Ich glaube, es soll ein Plus sein. Ist das versehen? Das heißt, es ist optional. Das müssen wir nicht unbedingt machen. Aber ich werde das natürlich auch machen. Und ich denke mal, dafür werden wir noch irgendwie einen Bonus bekommen. Das kann auf jeden Fall nicht von Nachteil sein. Außerdem kriegen wir ja eh Erfahrungspunkte. Und vielleicht lässt der ein oder andere Gegner irgendwas Schönes fallen. Joa... Gut, Deathstrap ist auch wieder verfügbar. Windbreak Camp. Aha. Okay. Hm, sieht ja schon ganz hübsch aus hier. Was ist denn das? Ist das ein Knochen? Ja, sieht aus wie ein Knochen, ne? Von irgendeinem überdimensional großen Tier. Da sehe ich auch schon den ersten Gegner da hinten flitzen. So, du machst dich mal auf. Ich gucke mal hier rum. Ist hier auf dem Radar ja auch hier hinten welche. So, den Psycher haben wir erledigt. Ach, jetzt ist die Munition wieder alle. Ähm... Also besser wäre es wirklich, wenn wir... ...irgendwie schaffen könnten, mehr Munition im Magazin zu haben. Das wäre echt praktisch. Jetzt war die Schrotflinte. Da habe ich, dass sie immer drei Schüsse verbraucht. So, ich... No, mit. Ist dann das Magazin doch immer sehr schnell leer. Okay. Schnell nachladen. Wow, au! Äh, Granaten schmeißen hier. Ist aber nicht in Ordnung. Da hinten ist einer. Achso, um den kümmert er sich. Dann kümmere ich mich um den hier. Ah, schnell den Nahkampf erledigen. Das Nachladen dauert mir gar zu lange. Okay. Ah, ist aber ordentlich was los. Und wir sehen, wir haben schon 12. Na, 13 sogar schon von 20. Gut. Dann gucke ich mal erstmal hier unten rum, bevor wir weitergehen. Weil ich habe gesehen, hier hinten gibt es eine Treppe. Da gehe ich jetzt noch nicht hoch. Wie gesagt, ich schaue erstmal hier fleißig rum. Wieder wegen Truhen und allem. Ähm, weil ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie großartig drauf geachtet, ob die Gegenstände, die die Gegner haben, fallen lassen. Ob die dann wirklich nach einer Weile wieder automatisch verschwinden. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Ist ja bei den meisten Spielen so. Ah, hier ist eine Kiste. Aha. Ähm, deshalb will ich dann jetzt nicht zu lange warten. Nicht, dass wir dann wirklich das Pech haben und es tatsächlich der Fall ist. Und dann halt die Gegenstände wieder weg sind. Weil ich kenne mich ausgerechnet in dem Moment. Typisch mein Glück halt. Ähm, hat der Gegner wirklich tolle Sachen fallen lassen. Ähm, ne. Ist nicht so schön. Also wäre jetzt nicht so schade drum gewesen. Okay. Ah, wieder Geld. Ah, es gibt es mittlerweile auch ein bisschen mehr Geld. Wir haben ja am Anfang immer nur, wenn wir irgendwo Geld gefunden haben. Oh. Ah, die ist mal nicht schlecht. Die vergleiche ich mal mit unserer aktuellen Pistole. Also die... Ja gut, äh, Genauigkeit und Feuerrate ist halt ein bisschen geringer. Aber die ist doch nicht schlecht. Also die werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Und ich bin voll... Ach man, das kann doch nicht wahr sein. Ah, okay. Dann gucke ich mal, was ich hier Schlechtes habe. Irgendeine schlechte Waffe, die wenig Geld bringt. Ähm... Hm. 53 war da die eine. 49. 43. Was haben wir denn noch? Ja, dann schmeiße ich die hier für 43 Dollar weg. Weil erstens bringt die deutlich mehr Geld. Oh, oh. Und weil wir eine Herausforderung geschafft haben, haben wir jetzt auch einen neuen Skin bekommen. Ja, wie geil ist das denn? Ähm, dann gucke ich mal kurz ins Inventar. Ich weiß noch nicht, ob der neue Skin dann hier auch drin ist. Ja, doch. Dann nehmen wir den gleich mal. Okay. Wieder ein Mikro-Invenzer-Skin. Und... Badass-Tokens. Ja, da haben wir auch wirklich welche. Dann lösen wir den gleich mal ein. Vielleicht haben wir da irgendwas... ...brauchbares wieder dabei. Hm... Ich sehe da irgendwie noch nichts. Doch, Schusswaffenschaden. Ah, sehr gut. Da haben wir ja auch schon das eine oder andere drauf vergeben. Also, ein... Ich weiß gar nicht, ich finde es gerade gar nicht. Doch, da unten haben wir es. Jetzt haben wir 2,3%. Sehr schön. Doch. Immer ein bisschen noch was zulegen. Naja, sehr schön. Munition brauchen wir auch. Gucken. Es wäre natürlich jetzt echt doof, wenn wir hier eine Waffenkiste finden würden. Weil ich habe keine Ahnung, wie wir das dann machen. Also, ob ich dann einfach... Ich glaube, ich würde trotzdem einfach dann die besten Waffen raussuchen. Oder dann halt nach dem Preis gehen, was am meisten Geld bringt. Und die dann halt mitnehmen. Oh, das ist ja schlimm. Dann werde ich wieder vor die Qual der Wahl gestellt. Und ich kann mich ja immer so schwer entscheiden, was ich alles mitnehmen soll. Am liebsten würde ich ja mal alles mitnehmen. Da schießt dann wieder schon ein frecher Buch auf uns. Hier, komm. Raches Blutwurst. Oh, hinter uns sitzen wieder welche. Der eine ist gleich mal spontan geplatzt. Vor lauter Ärger. Hehehehe. Tja, sowas kommt von sowas. Man sollte sich halt nicht mit uns anliegen, ne? Ich will alles, was du hast, hat er gerade gesagt. Naja, das werden wir mal sehen, ob du wirklich was kriegst. Also, ich habe da zumindest jetzt ein paar kleine Freunde, die du kriegen kannst. Hier. Tschönen. Das reicht schon. Mehr willst du nicht? Nö. Tja, ist schon zufrieden. Ist glücklich. Also, ich bin ja auch immer darauf bedacht, dass halt die Banditen auch glücklich sind, die wir hier treffen, ne? Die haben ja auch ihre Bedürfnisse. Ähm, okay. So, wir haben jetzt schon geschafft, das optionale Ziel, also 20 von den Bloodshots zu erledigen. Und da haben wir schon den ersten Fall, dass wir eine Waffe gefunden haben. Aber die ist jetzt nicht so viel wert, den kann ich dir erstmal liegen lassen. Ich schaue erstmal rum und werde die Banditen noch hier diese Bloodshots platt machen. Da ist eine Waffenkiste. Es war so klar, dass hier eine Waffenkiste ist. Mal kurz Deathstrap noch mit zur Verstärkung dazuholen. Ja, ich muss dann doch schon recht nah rangehen. Wow, wieder eine Granate gehabt. Ähm, irgendwo ist da noch einer. Ach, da. Hier, komm her. Volles Mettruf da. Okay. Sollen wir hier oben kurz gucken? Da war ja, glaube ich, auch was gewesen. Hm, Gastank. Oder Benzintank. Den wollen wir jetzt nicht in die Luft jagen. Das wäre nicht so angenehm für uns. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh, ein paar Geldkassetten. Mal wieder. 37. Oh, das war auch richtig viel gewesen. Ja, dafür nur drei an der Stelle. Aber, verdammt, jetzt, ähm, habe ich hier gleich einen Abflug gemacht. Zum Glück passiert uns ja nichts, wenn wir irgendwo runterfallen. Dann brauchen wir wenigstens nicht darauf achten. Dann ist das jetzt auch mal nicht so wild gewesen, dass ich dann hier einfach so spontan runtergesprungen bin. Ah, okay. Ah, nein, das kann doch nicht wahr sein. Okay, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ich glaube, wir haben doch sogar ein schlechtes Schild dabei. Ach, eins zu weit. Oh, je, 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 jetzt, jetzt geht's los. Ähm, 53 ist es auch nur wert. Ja, was soll's. Geld. Oh, wie ich das immer hasse, wenn ich mich da entscheiden muss, was ich mitnehme. Hier geht's auch noch runter. Okay. Wo geht's denn hier hin? Ah, auch wieder was. Oh, bitte lass nicht so viele Sachen jetzt da drin sein. Ich krieg sonst die Krise. Ja, okay, okay. Das war jetzt nur was Praktisches. Mal gucken. Oh, Iridium. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon eins gefunden hatten. Nee, haben wir noch nicht. Ähm, das ist das Erste, was wir jetzt hier gefunden haben. Also sieht man, steht hier, du hast ein Stück Iridium gefunden. Iridium ist einer der begehrtesten Rohstoffe auf Pandora, seit die Kammer geöffnet wurde. Ähm, und steht halt noch kurz unten drunter, dass wir das beim Schwarzmarkt benutzen können, um halt unseren Charakter abzugraden. Werden wir dann auch sehen. Also wir sind ja leider noch nicht da, deshalb werde ich dazu auch noch nichts sagen, was das genau ist. Das heben wir uns auf, wenn wir dann wirklich in Sanctuary angekommen sind, dass wir uns das da genau anschauen und halt abwägen, was wir genau halt machen. Und dann, inwiefern wir den Charakter upgraden können, erstmal schauen und was uns da finanziell überhaupt möglich ist, weil ich denke mal, das wird nicht so günstig sein, ne? Ja, fein, so. Und eine bessere Schrotflinte, die ist eigentlich wie unsere, ne? Ähm, verbraucht drei Munitionen pro Schuss, das macht unsere auch. Und Explosivschaden. Gut, das Problem ist nur, also der Schaden ist höher, um vier Punkte. Genauigkeit auch, Ladegeschwindigkeit ist auch eine Sekunde schneller. Aber es ist wesentlich weniger Munition drin. Was haben wir denn hier noch? Noch ein SMG. Oh Mann, das ist, ah, gut, okay. Also 101 und 106, dann werde ich dann doch mal die schlechten oder günstigen Waffen wieder wegwerfen. Okay, irgendwo waren noch hier welche, die so wenig wert gewesen sind. 53, kann weg. 49, kann auch weg. Gut, dann nehmen wir die mit und die. Oh, es ist, ah, ärgerlich immer. Was ist denn hier noch? Ach, hier ist die Waffe, die ich eben weggeworfen habe. Ich habe mich schon gewundert. So, weiter haben wir die weggeworfen. Oh, wir sind gar nicht so schlecht im Werfen, würde ich sagen. Oh, da ist auch noch was, da gehe ich gleich hin. Ah, was man manchmal so durch Zufall immer sieht, ne? Da geht man eigentlich schon dran vorbei und passt extra auf, dass man alles wirklich mitnimmt und nichts verpasst. Und dann dreht man sich einmal spontan um und sieht nur so für den, äh, für so einen kleinen Moment irgendwas Grünes leuchten und stellt fest so, ey, verdammt, da habe ich doch wieder was vergessen. Und zum Glück haben wir auch geguckt, denn es ist nochmal Iridium da drinne. Waffe und noch eine Waffe, 119, ja, da werde ich auch mal gucken, ob wir noch irgendeine haben, die weniger wert ist. 96, nee, 75, ähm, ja, dann muss es die hier sein für, ach nee, 58, ja doch, den kann die weg. Ah, im Endeffekt machen wir dann doch mehr Geld damit. So, ich glaube, das war's dann hier. Werde ich mal hier fröhlich runterhüpfen und dann mal schauen, ob wir, ach so, okay, kontaktiere Lieutenant Davis, geh nach Sanctuary, immer noch, geh nach Sanctuary. Hm, naja, gucken wir mal, ob wir jetzt da reinkommen. Wir haben jetzt diesen Energiekern, den die haben wollten, geholt, ähm, nebenbei diese ganzen Banditen ausgerottet, ähm, das sollte hier jetzt auch relativ friedlich sein in Zukunft, mhm, also denke ich mal, mir so spontan. Ah, das ist wieder stechender Kaktus eben gewesen, schon gewundert. Hm, jo, da, unser Auto steht auch noch da, sehr schön, hat noch kein Bullimon mitgenommen oder draufgehauen oder irgendwas anderes mitgemacht, gedacht, das wäre ein Weibchen oder so. Brav. So, schnieg, ach, jetzt habe ich mich geduckt. Ja, ich knie vor unserem Auto nieder, oh, du ehrwürdiges Auto. Ah, ich bin es nicht würdig, in dich einzusteigen und dich zu benutzen. Nicht möglich. Ach ja. Gut, mal hier schnell mit Nachbrenner eingelegt losdüsen. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, auf den Moment, wo ich mich irgendwie um einen Laternenfall wickele, ja, und dann, äh, das Spiel einfach sagt so, ah, du bist leider zu schnell gefahren, ähm, hast die Straßenverkehrsordnung nicht beachtet, das Tempo dort war nur 50, äh, dein Speicherstand wird auf 0 zurückgesetzt, du musst komplett von vorne anfangen. Das wäre so mega ärgerlich. Okay, jetzt aussteigen. Ah, wir können hier klingeln, dann klingeln wir mal. Nein, ich bin nicht Roland. Gut, wir können wohl hier reingehen. Ich reise jetzt einfach mal, ähm, Handsome Jack will uns ja wieder nur hier mobben die ganze Zeit und so ein bisschen runter machen. Wir reisen einfach weiter. Oh, was ist das denn? Das ist, glaube ich, ein Raketenwerfer. Ah, die sehen auch immer ganz schnieke aus. Ähm, haben wir noch gar keinen gefunden, ne? Also, wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben wir so ziemlich alle Waffen gefunden, bis auf Raketenwerfer. Hm. Okay. Ich muss mal schauen, was wir hier haben. Ich gucke mal wieder rum. Hm, Kisten. Juhu! Ja, ja, ich glaube, ich will das gar nicht wissen, was er da für ein komisches Geheimnis hat für uns. Gut, äh, hier hochgehen müssen wir, ja. Und mit dem Typen reden. Das scheint dann Lieutenant Davis zu sein. Ja, genau, der bin ich. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, deshalb bin ich ja hier, ne? Also, dann labern ich. Schweine labern auch nicht. Lass mich jetzt endlich arbeiten hier. Okay, so, den soll ich entfernen, den alten Energiekern. Da ist jetzt das Schutzschild runtergegangen. Und dann mal schnell Flux den anderen reinsetzen. Ah. Sehr hübsch. Da entsteht jetzt gerade das neue Energieschild. Sehen wir hier ringsherum die ganzen Pfeiler? Ähm, habe ich jetzt alles erledigt? Achso, ich soll noch mal mit ihm sprechen, die Quest abgeben, genau. Oh nein, wir kriegen Waffen dafür. Äh. Und ein Erfolg. Oh, doch, gut, okay. Mal schauen, was ist ein Mehrwert. 113, nehmen wir das mit. Oh, hier sehen wir auch auf der Karte das Schild ringsherum um Sanctuary. Wie so ein Radar gerade gemacht. So, ich glaube, wir dürfen jetzt endlich rein. Ah, ja, ja, genau. Ja, ich komme. Gut, dann mal schauen, was der da hat. Ob der uns wirklich reinlässt oder ob der auch noch mal irgendwas von uns will. Wir sehen jetzt auf der Karte schon da rechts oben diese ganzen gelben Ausrufezeichen. Das bedeutet, dort sind alles Quests für uns verfügbar. Da werden wir dann auch hingucken. Oh, Beschuss. Von dem Schiff da oben. Ui, ja, schießt. Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier wirklich Wunder vollbracht, ne? Weil dieses Schutzschild hat jetzt wohl angeblich, so wie er uns das erzählt hat, ja auch die Stadt gerettet. Ich freue mich, wie die das denn vorher gemacht haben. Warum die vorher nicht auf die geschossen haben. Na gut. Okay, ja, du, du öffnest das mal fleißig. Genau, richtig. Ganz toll. Kriegst auch eine Belobigung von mir, ne? Commander Roland hat er eben gesagt. Ich finde das immer so lustig, wenn in der deutschen Synchro so ein paar Sachen drinne sind, die dann auf Englisch ausgesprochen werden. Das klingt dann irgendwie so komisch. Das passt da nicht so ganz rein. Also Crimson Ray, das geht. Aber so Roland, da hätte man auch Roland sagen können. Commander Roland. Na okay, nee, das passt auch nicht. Nee, nee, stimmt. Ich habe schon wieder groben Stumpfling erzählt. Also doch, das war schon in Ordnung so. Hat sich halt nur in dem Moment für mich ulkig angehört. Ah, hier ist nichts. Und ich soll hier hingehen. Willkommen daheim. Ja, genau, auf dieses Tod. So, hat man es eben Plätschern gehört. Na, wer ist denn das? Ähm, nein. Ja, ich bin so zur Hälfte. Ähm, aber ich esse keinen Müll. Also ich habe eine dabei, die nennt sich Death Trap. Die kannst du gerne mal sehen, wenn du möchtest. Solltest du wissen. Leben kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass. Ach, Scooter ist das. Jep. Ja. Ähm, ja, genau. Ja, ja, ich wollte jetzt gerade nämlich eine Quest machen. Da habe ich gerade gewundert, warum er nichts macht. Ähm, Plan B. Okay. Während er weitererzählt, werde ich mir hier kurz... Oh, nein, wir sind immer noch voll. Verdammt. Eine großartige schwebende Festung. Okay. Mhm, Treibstoffzellen. Ja, Iridium, hast du was für mich? Ich glaube, das darf ich nicht behalten. Wie viel sind das? Vier Stück. Ich denke, das werde ich benutzen müssen. Gut, ich werde jetzt erstmal, bevor ich hier irgendwas, ähm, durchsuche, werde ich erstmal nach einem Automaten schauen. Da links auf der Karte sehen wir schon dieses Dollar-Symbol. Müsste eigentlich hier gleich links um die Ecke einer sein. Ja, da ist einer. Oh, wundergeil. Und dann verkaufen wir erstmal die ganzen Sachen. Ähm, was... Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Wenn wir hier auf so einer Waffe sind, also auf der hier zum Beispiel, und wir drücken den linken Stick, dann wird die mit X markiert, als Schrott. Oder wir können sie als Favorit markieren, mit dem Sternchen. So, weil die werde ich erstmal kurz behalten. Die verkaufen wir. Die auch. Das Ding kann auch weg. Ähm, mhm. Ja. Immer fleißig weg damit. Gucken. Beides ab Level 11. Okay, die hat ein bisschen mehr Munition. Achso, das ist eine Pistole. Ne, den behalten wir beide. Bis wir sie dann benutzen können. Das war die Sprotflinte mit der... Die eigentlich besser ist, aber weniger Munition hat. Also verkaufen wir die dann auch. Das kann mit weg. Das auch. Und das Schild würde ich auch gern behalten. Ist ja eigentlich nur noch ein Level dafür. Okay, dann haben wir schon mal ein bisschen Platz. Und die nächste Herausforderung. Und sogar den Bäters Rang um 10 gesteigert. Ich gucke jetzt noch nicht mal gleich wieder nach. Achso, wir sollen ja für ihn irgendwelche Sachen sammeln jetzt für die Quest. Wenn wir nebenbei mal hier die ganzen Sachen aufmachen. Also, na, wieso? Was haben wir denn da? Ein Schild. Und das ist besser. Ach, okay. Das sind jetzt so diese... Die sind zwar besser, die Schilde. Also deutlich. Man sieht es ja, wir haben 191. Das hier hatte 354. Aber es zieht uns gleichzeitig 92 Gesundheit ab. Aber ich denke mal, das können wir trotzdem machen. Gucken. Na, wir haben jetzt halt ein bisschen mehr... Entschuldigung, ein bisschen weniger bekommen an Gesundheit. Aber, was soll's. Das deutliche Plus an dem Schutzschild ist dann doch schon besser, denke ich mal. Das sollte uns helfen. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Das hier mitnehmen. Und noch irgendwie was. Licht hier noch irgendwas. Irgendwie eine Geldkassette versteckt hier drinnen. Nee, anscheinend nicht. Gut, dann mal schnell die Treppe runter. Da hatten wir ja auch in der einen Kiste da hinten eine Waffe gesehen, die ich leider nicht mitnehmen konnte. Ach, da ist auch ein Questgegenstand wieder. Gut, hier die Pistole. Und Waschmaschinen. Die kann man auch aufmachen. Sieht man halt auch wieder an diesen grünen Symbolen, ne? Gut. Dann hier. Ah, ein Medkid. Nee, das brauchen wir nicht. Dann das hier. Da ist auch wieder nichts drin. Okay, da hat jemand einen ganzen Wagen gegessen mit einer Gabel. Kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, weil... Wie soll das bitte funktionieren? Also gut, okay. Es kommt drauf an, wie groß ist der Typ und wie groß ist die Gabel. Also wenn es eher so in Richtung Bullimon oder vielleicht noch ein bisschen größer geht, dann kann ich mir das ja vorstellen. Aber ich glaube dann nicht, dass der mit einer Gabel umgehen kann. Vor allem, wenn er ein Auto ist. Wir lassen das einfach mal so dahingestellt und werde ich ihm mal schnell wieder alles verkaufen. Okay. Die Pistole und das Schild. Das habe ich ja gesagt. Behalte ich erstmal noch? Hm. Ja. Ah, jetzt auch wieder eine Truhe. Wir sind ja, wie gesagt, jetzt endlich in Sanctuary angekommen. Endlich haben wir es geschafft. Gut. Bevor ich jetzt hier noch die Folge weiter überziehe, das war ja auch erstmal das Hauptziel, das wir es hier her schaffen, werde ich hierbei dann erstmal für die Aufnahme pausieren. Und das machen wir dann in der nächsten Folge weiter, dass wir hier Sanctuary ordentlich erkunden, die ganzen Quests abgeben. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zogger. Ja. Ja.